Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Sehr gut den Kopf an den Ball nach dieser Ecke gebracht. Keine Abwehrmöglichkeit. Da trennt er ihn fair vom Ball. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt schießt er. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Jetzt geht's scheinbar dahin in der Abwehr. Das zweite Gegentor innerhalb weniger Minuten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Wird das eine Torchance? Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Und mit diesem Treffer kommen sie noch mal ran. Durch den Anschluss bekommen sie sicher noch mal die zweite Luft, aber viel Zeit bleibt nicht. Noch mal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.